Bei Grobulus muss sich wieder etwas mehr bewegt werden. Tankt ihn an und bildet ein Nahkampf und ein heiler Fernkampfcamp. Sobald der Boss Giftwolke benutzt, zieht ihn der Tank aus dieser raus, sodass kein zusätzlicher Schaden entsteht. Als Nahkämpfer unbedingt hinter dem Boss bleiben, sodass ihr nicht vom Schleimsprüher getroffen werdet. Pro getroffenem Ziel erscheint ein verstrahlter Schleim, welcher direkt umgehauen werden sollte. Je mehr Spieler also getroffen werden, umso mehr Ads erscheinen. Hin und wieder castet Grobulus mutagene Infektion auf einen Spieler. Dieser läuft direkt vom Raid weg, am besten nicht in die Richtung, in welcher der Boss gezogen wird, da der Debuff, sobald er ausläuft oder runtergenommen wird, eine weitere Giftwolke erscheinen lässt. Wenn ihr alles beachtet, sollte auch Grobulus keine große Herausforderung darstellen.